Auf diese Frage wirst du auf jeden Fall reinfallen. Welchen Künstler hörst du auf diesem Song? Die meisten haben wahrscheinlich gesagt, falls du den Song noch nicht kennst, Travis Scott. Und damit wärst du falsch. Du kannst diese Frage gar nicht richtig beantworten, weil das gar kein echter Künstler auf dem Song ist, sondern eine künstliche Intelligenz, die einen Song basierend auf dem Feedback und dem Input von Travis Scott Songs gemacht hat. Bro, wofür brauchen wir eigentlich noch Rapper? Deswegen hab ich ja gesagt.